Wir haben uns heute zusammen in die Viktoria hineinversetzt. Eine 40-jährige Frau, die als Sekretärin arbeitet und sehr gestresst ist bei der Arbeit und auch zu Hause sehr gestresst ist mit ihrer Familie. Sie ist ein Mädchen für alles, immer ansprechbar für alle und sie raucht gegen den Stress. Sie merkt eigentlich, dass sie das nicht mehr möchte und wir haben uns überlegt, zusammen, was sind mögliche Wege für Viktoria aus der Zigarettenabhängigkeit rauszukommen, ihr zu helfen, was kann sie in ihrem Alltag tun, was kann die Familie tun, was kann der Betrieb tun und wir sind zusammen auf Lösungen gekommen, die wir nachher noch weiter diskutieren werden. Ich bin sehr gespannt.